So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Max Out Monday bei Pokémon GO. Und ich hatte ein Ziel, als Ho-Oh da war, wollte ich unbedingt ein 100%iges Ho-Oh bekommen. Denn viele Legendäre habe ich schon in 100%, bei manchen durch einen Glückstausch, bei manchen durch ein paar Raids, bei manchen durch viele Raids. Und ich habe es geschafft. Ich bin so froh, dass ich es endlich hinter mir habe, dass es vorbei ist. Ich habe mein Ho-Oh als 100%iges bekommen. Hier fliegt es auch die ganze Zeit rum. Nennt sich jetzt Mega Gaudi 724, weil das 724 Raids gebraucht hat, insgesamt, um dieses 100%ige Ho-Oh zu bekommen. Äh, Darkrai habe ich 663 gebraucht. Hier habe ich 724 gebraucht und bei Mewtwo 700, äh, 700, 800, 800, 83 und, ich warte, wo ist denn hier Mewtwo? 783, da haben wir es. 783 beim 100%igen Mewtwo. Das war Besitzrekord für mich und Ho-Oh hätte fast Mewtwo überholt, aber es ist da. Ja, deswegen möchte ich natürlich dieses Ho-Oh maxen. Wir geben hier mal 4 Sterne und Ho-Oh ein. 4 Sterne und Ho. Wie ihr wisst, maxen hat man die immer, ich versuche 6 Pokémon am Monat zu maxen, falls ich ein 100er habe und genüge in XL, um es auf 50 zu ziehen. Ich bestimme immer einen Titel-Pokémon und aus der Community werden immer 5 Vorschläge genommen, die ihr gemacht habt, um zu gucken, welcher Vorschlag passt, wer nicht. Diesmal habe ich zwar einen Titel-Pokémon, aber irgendwie habe ich trotzdem gleich zwei Titel-Pokémon. Denn ich habe jetzt nicht nur mein 100%iges Ho-Oh, was ich maxen möchte, ich habe insgesamt noch 2.117 XL Bonbons, das sind also genügend. Deswegen ziehen wir das jetzt hoch in einem Strang, guckt euch das an. 4.367, das ist auf jeden Fall fett, ein Eschernfeuersturm. Für das Sumpte halten wir das auch nochmal so rein, Höchberg, Bayern, Deutschland gefangen, das ist das 100%ige Ho-Oh in meiner Sammlung und gleichzeitig, obwohl es nicht 4 Sterne hat, Ho-Oh, Ho-Oh, ist das das Krypto? Das sieht aus, als wäre es das Krypto, das Krypto war nämlich auch, also nicht das Krypto, das Apex, das Apex-Krypto, das war auch relativ gut, hat auch 3 Sterne gehabt und das war mein zweites Ziel. Ich wollte genügend XL haben, so circa 700 Stück, damit ich auch mein Apex-Krypto-Ho-Oh hochziehen kann. 3 Sterne, 14, 14, 10, das ist auch richtig brutal. Da werden wir jetzt auch Power-Up machen, kostet 360 XL und ihr seht, das schießt auch hoch auf 4.294 und ist auf jeden Fall auch ein Prügel. Hier machen wir jetzt Level 50 Tag dran, dann sehe ich gleichzeitig, dass ich vergessen habe, bei dem anderen Ho-Oh den Level 50 Tag zu machen. Machen wir hier nochmal, wir können jetzt gleich mal reinschauen, wie sich das auswirkt bei den höchsten Pokémon. Wo haben wir Ho-Oh, hier sind die Knackrake, da ist Demeteros. Zwischen Demeteros und Joaquin hat sich jetzt also unser Ho-Oh angesammelt, trotzdem ziemlich weit vorne noch, denn das sind die höchsten Pokémon, die ich habe. Jetzt kommen wir aber zu euren 4 Sterne und was habt ihr für Vorschläge gemacht? Wir gehen dazu wieder unter das Video von letzter Woche, Max Out Monday von letzten Montag, scrollen wir runter nach den neuesten zuerst und schauen genau, was wir hier maxen können. Da ist Niklas Mann. Niklas Mann hat geschrieben, wohin genau? Wir geben also mal wohin genau ein. Wo? Und haben hier wohin genau? Wir haben ein männliches, wir haben ein weibliches. Was ist lustiger? Ich mag das weibliche nicht, das heißt, wir maxen einfach das männliche auf 1160. Wohin genau? Kriegt hier auch den Level 50 Tag dran, ist also fertig. Dann haben wir Nickel, der schreibt Potrot. Potrot dürfte auch gehen. Wie ich sehe, habt ihr diesmal wirklich Pokémon aus dem Event genommen, aus dem Vergangenen. Was natürlich schlau ist, dass die Pokémon, die im Event da sind, wohl meistens die sind, die dann auch gut XL haben. Und Sachen, die seit 300 Jahren nicht da waren, man gar keine XL haben kann, sowieso nicht funktionieren. Hier also Potrot, genügend XL, sind da, kommt auf 458 WP, ist der zweite Vorschlag aus der Community, da zwirbelt der Kopf rum, das sieht auch super aus. Macht man damit was? Der würde ja sogar noch im Minicap funktionieren, sehe ich gerade. Käfer und Gestein, 458 WP. So, das war Nickel, jetzt haben wir Schenaya. Drei Vorschläge aus der Community kann ich noch machen. Radfratz, Pfiffchen, Zickzacks, Visor. Radfratz, Pfiffchen. Ich nehme einfach das erste, was sie geschrieben hat. So, die zwei Radikal sind oben, das Alola, Radfratz, komm, wir machen das Alola, Radfratz einfach noch und sind mit dem auch fertig. Jetzt haben wir die komplette Radfratz- und Radikal-Familie voll, ziehen das hoch, machen wir auch Level 50 Tag dran. Weil ein Vorschlag von Genaya gepasst hat, ignorieren wir die anderen Vorschläge von ihr und gehen weiter zum nächsten, denn zwei kann ich noch machen. Tobias Reuter sagt auch, Radfratz, bitte, der hat nämlich aufgepasst, Grüße gehen raus, haben wir aber gemacht jetzt. SMG2 Raid God, kannst du ein Rigi Drago mal maxen und auch Tauros Wumatantrak? Rigi Drago habe ich weder einen Hunderter, noch habe ich genügend XL, wie auch. Wir haben sieben X-Raider reden gehabt, es wären sieben Raids möglich gewesen. Ich habe sechs Raids gemacht, weil halt um elf Uhr alles da war, es ist also unmöglich, dass ich bei sechs Raids genügend XL habe, um ein Rigi Drago zu maxen. Und so viel Glück für einen Hunderter hatte ich eben auch nicht. Tauros, Wuma, Tandrak. Tauros, mit dem bin ich viel gelaufen, ist oben auf 2900 noch was. Wuma, da würde ich gerne mal reingucken. Wuma ist nicht auf 50, hat aber auch nicht genügend XL. Tandrak können wir noch probieren. Tandrak, so, da ist Tandrak und Tandrak ist schon auf 50. Es fehlen also immer noch zwei. Jonaise, Jonas Selig, XV3 WD, bitte max es, Smog, Mog, Abog, wohin genau und Mauzi. Smog, Mog, Abog, Smog, Mog, Abog. Smog, Mog ist gemaxed, Smog gone ist nicht gemaxed, wir maxen einfach Smog gone und sind dann mit dem auch fertig. Für die Familie, für alles, 1373 WP, Maxima 50, haben wir auch einen Vorschlag von ihm gehabt und haben noch eins übrig. Und zwar, Mew Me, erstes Max Out, am besten bevor man entwickelt oder ist Weißwurst, Grüße an Henry, natürlich ist das Weißwurst. Oliver, mein Vorschlag, Gala Fleckmon, wegen dem C-Day. Okay, Gala Fleckmon, ich maxe ja gerne eigentlich die, ich maxe ja gerne die Entwicklungsstufen. Und wie man sieht, wir haben hier einen Lamus auf 50, wir haben den Lasho King auf 50, wir haben kein Fleckmon auf 50, aber er möchte ja in die Gala Richtung. Was mache ich jetzt? Gala Lasho King, Gala Lamus oder in seinem Fall einfach Gala Fleckmon, denn dann könnt ihr die anderen immer noch bestimmen und deswegen sage ich, okay, zack. Weil er Gala Fleckmon direkt so gesagt hat, nehmen wir jetzt einfach Gala Fleckmon auf 1386 und haben damit geführt, Lasho King, Lamus und Fleckmon, nur halt aus verschiedenen Regionen, trotzdem auf 50 gemacht. Da kann ich noch einen Tag dran machen und zwar Level 50 und auch 100%, der fehlt nämlich hier bei beiden 1386. Also ein kleiner nachträglicher C-Day-Max-Out mit diesem 100%igen Fleckmon. Das heißt, ich habe auch noch das Lamus und das Lasho King übrig, was noch gemacht werden könnte, aber ja, muss man jetzt nicht. Das waren jetzt alle Vorschläge. Grüße auch an den Rest, der hier dabei war. Kam leider zu spät, aber ihr könnt natürlich neue Vorschläge machen unter dieses Video. Wenn ihr noch was wisst, was euch einfällt, schreibt es hier drunter oder wenn euer Vorschlag nicht dran war, schreibt es hier drunter. Vielleicht habt ihr ja Glück beim nächsten Max-Out-Monday, dass euer Vorschlag dran kommt. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich mit dem Mega-Gaudi. Richtig genial. Ach nee, jetzt will sie auch noch spielen. Das machen wir jetzt aber nicht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ciao.